voll ausgebaut die m4 hat mehr rückstoß als es gar ohne irgendwas das ist so abartig so 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 es geht immer weiter ja sonst wieder zwei top 10 sind voll gefannert das war schon lange nicht mehr an ich bin mal kein genau gerne die schulden hä guten tag Ich bin ungefähr da ran. Die zwei auf Anhieb, ah vier, vier in der Stadt. Oh, du bist sogar unten in meinem Haus, das ist ja geil. Oh, das neue Haus. Mach da nichts draus, in meinem Haus liegt nichts. Oh, Network lag detected bei mir. Bernhard, bist du noch da? Ja, hallo und alles klar. Oh ja, okay. Alles klar, ich bin wieder da. Ich hab keine Waffe. Ich hab so Pistol mit 105 Schuss. 103 C. Jupp. Und zwei Energydrinks. Jupp. Jupp. Er ist jetzt auch nicht. Wieder Waffe nochmal. Jupp. Jupp. Mach dir nichts vor, wenn du so gewonnen hast. Ich hab's gar gefunden, aber ich hab die jetzt selber. 40 A, wie was ekelhaftes. Ja, ich hab's schon mal weg. Zwei sind weg, sehr gut. Oh, Moment. Oh, Moment. Moment, Moment. Dann bleibt noch einer, oder? Ich glaub, der Ende war nur ausgenockt. Ich geh davon aus, dass es noch zwei sind. Nein, ich nicht. Okay. Manchmal muss man auch loslösen können. Okay. Ihn Hanse. Deine Hanse, ja. Ich spiel auch ne Waffe hier rund. Ich sogar eine. Soll ich da auch ne gehen? Ah jo. Achso, auch ne. Guck mal ein Doji. Zwei leben noch. Zwei leben noch. Zwei leben noch. Äh. Geh. Gegenüber liegen die Straße seit 195 an dem Rodehausen etwa. Boah. Ich kann ne Mitte Faust dort hauen. Geil. Uch dumme Waffe. Ich guck mal die so lange. Ah. Die sind Mitte im Kreis. Ich denke die waren auf dem Dach, zunächst. Läuft einer. Im Rodehaus drin, ja. Ohhhh. Undальной ist er am Wachtturm. Anna ist er am Wachtturm, Anna ist er am Rodehaus. Johhh. Ohhhh. Komm jetzt rüber auf unserer Seite. So. R Penny durch diese Straße. Ich laufe ganz weit weg, eine zumindest, eine holt der Auto, einer ist äh, oh, einer ist so, ungefähr. Guck, dass ich den mit dem Auto kriege. Oh, auch die blaue Markierung, ja, ist diese beide, ich sie sie beide. Man, jetzt fort. Ja, ich hab's. Guten Tag. Oh, hallo. Habst du noch, hallo? Was ist das behindert, hallo, für die Waffe? Hast du noch immer keine Waffe gefunden oder was? Was ist denn? Mein Internet war weg. Mein Internet war weg, wie lang? Oh. Oh. Hilft der Suche oder nicht? Du hast ein vierfach Visier. Bring das mit, bring das mit. Falls du mir irgendwann eine Waffe hinst, wo du es dran bauen kannst. Oh, auf dem Dach leidt auch nix. Hm? Hallo? Hallo. Hallo. Ist das ein Judenspiel? Schlaf mal hoch in die Halle. Wehe, da ist eine Waffe, ich laufe da nicht mehr zurück. Wann ich so bald, da schieße ich mir die Pistole. Gut. Ach, du ladest gar, Allahopp. Sicher? Jawoll. Soll ich mir das gar machen? Schieße. W-Also- Wir-Wellsen. Wie prestig ist. Die Shit-Gorn wegschmeißen? Pa, bah. Ich hab noch jetzt mehr defsteverwaffe. Geile, alle? damaging,死-Gorn. abwerf ich jetzt weg oder was? Blendengranate braucht keine Sau, hau weg mit! Easy boys! Dann müssen wir jetzt ein bisschen drauf halten, dass wir noch die Karte finden oder immer War noch nicht in der Lara halt drin Aber im Nordseestil schießen sie schon irgendwie auf sich gehseitig Banner, der kommt direkt bei uns runter So Der Drop Komm her, ich gebe da vierfach Visier Und dann schießen wir die Leute ab, die hier gehen Ja, keine Angst, ich habe meine Lektion gelernt Guten Tag Guten Tag Geht ein paar Leiter abschießen Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag Wenn der einen droppt, der man zieht, gehe ich selber hier bei einer Oh ne, da geht einer an Oh ne, da geht einer an, da geht einer an Und du willst an der Action gar nicht heilern Und du willst an der Action gar nicht heilern Ich? Alle Ich würde mich jetzt nicht als alle bezeichnen, aber Nein Komm, wir über die Brick im Nordosten Beziehungsweise im Norden von der Stadt Oh War schon da du, oder? Was dann? Die Schüsse Nix gehört Wann Schüsse? Es waren ein paar Schüsse Von daher waren's Wann Schüsse Schätze ich mal An dem Drop war noch keiner, Bernhard Ich will doch hier Bewerber Bernhard Guten Tag, Hallo Ich kann schon mal herkommen Ich bin du, Anne Hallo Oh, was soll's? Ich mach jetzt was dummes Oh Mach jetzt was dummes Aber ballerts aber Es läuft einer, ne es läuft einer in der Drop Es laufen zwei an der Drop Oh die werden so abgefickt Die werden so abgefickt Ok Bin er dort, bin er ausgenockt Bin er ausgenockt WTF Nur noch mehr? Irgendwas schießt auf mich? Ja, ich sehe Ich sehe Dum-di-dum-di-dum Komm schon jetzt, ah du bist du Ich sehe nichts Ja, ich habe jetzt drei Leute gekillt gerade Ist das okay? Nein Ist noch einer lebe durch, das ist das Problem an der Sache Es wäre nur okay gewesen, wenn Koordinaten voll wären 230, da gehen wir jetzt an Die Leute gekischt Da ist mal zwei die Waffe drin Und irgendwo auf dem Hillelmister waren noch die Gegner sind Ich wünsche dir der Visier Oh, ja ok, bei mir Auf mir Kann ich das auch da wegschmeißen Oh, der Achter Danke Danke Da gibt es ein bisschen Duter über Ich habe genug 5mm Lass deine direkt vor, Mann Direkt vor, Mann Direkt vor, Mann Direkt vor, Mann Siehst du dann? Wissen, was er kupst? Er kommt Er geht Richtung Boot Er geht Richtung Boot Er geht Richtung Boot Er geht Richtung Boot Am Boot vorbei Am Boot vorbei Naja, er ist schon weiter Er ist schon vorbei Kannst du ausschauerlich? Guck mal in die Küche drin Oh, Stine Oh, Stine Jetzt geht's ab Was ist das so schlecht zu treffen, ey? Da da gleich wo er ist Da da gleich wo er ist Da da gleich wo er ist Oh, ich sehe ihn hinter mir Der muss weit weit weg Sprungen sind Stine Ja, an der Brich Ja Das ist ein Landgang Vielleicht Naja, da ist ja nicht der Brich Pock da oder? Naja, der kann schießen Ich sehe ihn Ich sehe ihn da nicht Ich sehe ihn Er ist tot Oh, 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 oh Hinter uns kommen gleich zwei Also von meiner Seite Keine Looter Ich habe nämlich kein Monier mehr Der hat noch M24 Wenn du sowas benutzen willst Ah Ich habe noch immer kein Muni, ne? Für die äh Fünf, sechste Bucht, ja Ich schon Er hat 30 Schuss, aber ich habe einen M24 Mein Gott, was soll ich denn machen? Ja Moment, ist es die andere sind? Die sind um die Motorradfahrer auf meiner Seite Ich würde mich gerne in Rotzburg irgendwo auf eine Dach leeren, ehrlich gesagt Vielleicht noch da vorne ein paar Lightloot, weil die haben bestimmt Medis am Mass Boah, ich habe eigentlich genug Ich geb mich gerne aufs Dach leeren, weil dein blauer Haus da aber Was sagst du vor? Keine Ahnung, du hast gesagt, den Rotzburg auf eine Dach leeren, jetzt bin ich eh gelaufen Ja, ich, ich ja, okay Einmal rum Ich finde es in der Schuhe Ich bin neuer Ich bin neuer Die Welle auf dem Rotzburg kiegel da war einer auf dem Hiesel, einer hinter dem Baum, auf dem Hiesel, auf dem linken Baum, auf dem Hiesel die haben mich gesehen, die haben mich gesehen ich glaube hier in der Hiesel und ich glaube hier in der Hiesel okay, ich habe die Möglichkeit, dass ich immer wieder zurückkeine Das war's. wieder im kreis alles passen sie mal dreifach, kannst du zu mir kommen? ah ja, bist schon auf dem weg, ok ich bin schon bei der gleichenheit vielleicht, ey magazin für ein 6.5 chat drauf Ich glaube, wir gehen mal mit ein paar an oder so. Okay. Warte, er hat Wester, Laven 2 Wester schießt auf mich Guck mal was In dem Wasser, okay Es kommt Ah, war das eklig Ich bin vielleicht auch tot Du bist in einem Gebäude vor dir, ne? Auf jeden Fall Ich weiß noch, ob ich es bug Ich glaube, ich bin tot Ich kann vielleicht rin-grable Ich grabele rinnen Ich grabele rinnen Oh, ich hab's gepackt, ich hab's gepackt Und, wie geht's? Ganz gut, ich bin wieder voll Die im Wasser sind tot, oder? Vielleicht Ich guck mal besser zu, oder? Also von der Richtung hat's mich auf jeden Fall erschoss Oder hat's mich angehau Aber ich denk Gibt nur eine Möglichkeit Denk, ne, ich denk, der war auf dem Water Village drüber Ich meine, es gibt nur eine Möglichkeit, wo man hin kann Ja Soll ich mal mache, ich renne Steht Auto In der Garage Okay, da ist noch der Brick, ne? Ja, ich weiß, aber Kreis Und ich wimm da Mindestens zwei Kreis Du hast keine Wand mehr Mach's dir dir grad zu, wenn du rin-kommst Oh shit, ne, mehr können da drinnen Mehr können da drinnen Komm mal nimm hier raus Aber da, da kann man hier Und die Wand Oh, wir müssen schon wieder weiter Du kommst schon nimm hier raus, glaub ich, oder? Doch, doch Ah, okay Die einer Aber an der Ruine War der scheiß Dreck Verloren, aber der hat jetzt Kein Bock mehr Ich hab'n K-Granate Ich hab'n K-Granate Ich hab'n K-Granate Vor uns im Südwestel zwei Stück Ah, scheiße Kann er drauf schießen, ich hab'n Buschformer Einer ist rausgenockt Einer ist rausgenockt Nice Die Pusher Äh Da ist genau bei dem gewusst Bissl weiter links Ist hier halt nicht wohl, ne? Ja, da Direkt da Mist Der kann 1-2 Meter weiter sind Weiß nicht, wo der eine gestorben ist, das wäre Oh, leider doch Da, im Wasser Oh Oh Wo ist er? Ich bin im Wasser Südostel Lass weiter rennen Machen zwei Sekunden Fuck this Offenes Feld Oh, die Bärste Ja, genau Ja Ja Im Wasser ist noch einer Äh, im Bärste man nicht Er ist tot Komm rin gerobbt Komm rin gerobbt Ja Ich zieh ne, aber komm rin gerobbt Ich zieh ne 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 Lein durch im Gras Im Osten waren auch noch Welle Die dann nicht zu recht auf dem Berg? Ja, ja, ich mach ne tot glaube ich Oh shit, verfehlt Der Leit, der Leit, der Leit Was denn über? Weil der Überwarn auch noch Welle Die einer Direkt süd über der Hichel Aber ich habe da ein guter Blick Wenn du dann im Südwestern halten kannst Das ist die letzte Beide Dann weiß man Granat Sie sind in Südwestern Sie müssen jetzt kommen Kommen halt Die gehen nicht zusammen Geil Zine Sie können im Gräs sind da über Aber da ist im Gräs Ja Einer direkt Süd Er ist direkt im Süd Halte ich hoch Er läuft jetzt Richtung Südwestern Nicht weit gelaufen Aber wer ist gelaufen Granat hinter mir Gute Idee Autosglied putsch aber schnell aus Ich habe keine Ahnung wo der ist Hätten wir uns dazu aus Kina Ich kann nichts machen Der werft 1000 Granat auf mich Was ist der da oben? Darf ich muss Healer ab Gute Connection lost Gute Gute Connected. Bist du denn ausgeflucht? Ganz? Hallo? Es ist geil, es hat Quatsch gestanden, Raute 0, Team Rangpunkte 0 und dann jetzt steht Team Rangpunkte 607, Raute 1. Jawoll. Mit anderen Worten, du mischst schon wohl gelatzt dann. Ich hab mir gelatzt. Ich bin geradeaus auf den Zug gelaufen und er hat sich irgendwie in die Hose gemacht, glaube ich.